Oder hat er hier unten im Gang eine Fliege gefunden und jagt die? Hinten ein Käfer. Die läuft einfach wieder zurück. Das hat doch nichts mit jage kleine Tiere zu tun, wenn du jetzt einfach wieder zurückläufst. Junge. Was ist dein Problem? Da ist nichts. Da hinten ist nichts. Das ist einfach wieder zurück. Okay, den können wir abschreiben. Der wird verhungern. Er hat sich verlaufen. So, Folgefrage ist. Wie kommen wir jetzt da hinten hin? Warum macht das keiner? Der Weg ist zu weit. Habe ich verstanden. D, J. Also wenn wir jetzt meinen, der Weg da ist zu weit. Dann haben wir das alles umsonst gemacht. Was wäre denn jetzt, wenn wir zum Beispiel hier runtergehen? Macht den Job noch irgendeinen Miner? Macht derzeit kein Miner irgendeinen Job? Scheint so. Okay, aktuell gibt es keine Miner irgendeinen Job? Okay. 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 Leute. Was ist gerade los? Was ist gerade los? Was ist los? Was passiert hier gerade? Oder warum passiert eben gerade nichts? Das ist die Frage. Aber wir können doch mal nach unseren Bäumen gucken. Die wachsen immer noch nicht. Drei Jahre sind auch noch nicht um. Also die Zwerge laufen hier rum. Irgendwas machen sie. Also sie befüllen zumindest die Waffenfalle. Die erste Reihe oben ist schon fast fertig. Die anderen sechs fehlen noch. Alles gut. Das wird gemacht. Die ganzen Mauern hier unten haben sie auch noch gebaut. Auch wenn sie nicht minern. Und der eine Miner, den ignorieren wir. Der hängt fest. Sie bauen auch die Bodenplatte nicht. Die ist jetzt ja auch schon ein bisschen im Auftrag. Und die hat überhaupt nichts mit zu weitem Weg zu tun. So, das heißt. Construct Building. Weapon Trap, Weapon Trap, Weapon Trap. Die Traps. Floor. Inaktiv. Dunau. Kann ich das dem sagen? Ja, scheint so. In der Hoffnung, dass jetzt gleich einer losläuft und den Boden baut. Bob Bleeding. Ja, das brauchst du nicht machen. Den Job können wir eigentlich... Ich würde ihn löschen, wenn ich könnte. Ähm. Das Minern steht hier gar nicht. Enquast Workshop. Enquast Furniture. Da ist es Quistelglas. Haben wir den immer noch? Der ist inaktiv. Den einen haben wir jetzt gesagt, mach sofort. Wo ist das... Wo ist das Aussehen der Treppe? Das gibt's nicht. Also wir haben jetzt erstmal gesagt, hier, macht jetzt erstmal diesen Boden da setzen. Ich setze mal kurz einen Miner, Miner, Miner da hin. Okay. Die Miner machen sich noch auf den Weg. Nur nicht nach da. Da haben sie keinen Bock drauf. Der Zwerg wird hier unten sterben. Weg zu lang. Wir ignorieren diesen zweiten Weg und gehen direkt runter. Da ist der Weg dann immer noch zu lang. Ich glaube, die Wege sind zu lang, ne? Wir haben es übertrieben. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die ja, äh... So, wir geben das hier einfach mal erstmal auf. Das Einzige, was ich hier lasse, ist dieser eine Punkt. Dass ich weiß, da muss ich hin, da ist ja eine Mantik um Alar. Ja, genau. So, die Katze findet auch nicht den Weg zurück. Der... Nein, ist noch nicht tot. Ach, das ist die falsche Ebene. Hier ist das. Hier sitzt einer fest. So, und hier oben... Wird gemeinert. Das funktioniert. Schade. Wege zu weit. Was ist die Wegbegrenzung für ein Zwerg? Keine Ahnung. 2000 Teils. Dann können wir was rausfinden, ne? Hm... DJ. 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 ach ich nur hier den boden sage jetzt b c b so wir machen jetzt hier eine wand hin aus den chat blöcken wollen wir den chat block da ist mir egal dann ist er als dicht irgendwo muss auch hier einmal ja könnte ich aber ich will ja theoretisch die langen wege haben weil wenn die den weg nehmen wir wollen jetzt durchbrechen in den keller in den zirkus habe ich mir sagen lassen heißt das dann hätte ich halt vorher gerne einen langen langen weg wenn ich die mauern weg reiße sind wir ja kurz und das hilft mir dann nicht aber ich habe anscheinend nicht die wahl ne irgendeiner von denen muss noch in der reichweite sein der schon ist das das weiteste was jetzt noch geht ok auch hier ist es aber nicht schlimm ne da muss ich jetzt die gings treppe nehmen ja ab und down stairs und so das ist nämlich hier ein upstairs downstairs ich weiß nicht ob das klappen wird so holen müssen wir 50 geht es auf alle fälle dann sind wir am ende also wenn der meiner erstmal anfängt sieht er vielleicht durch Ja, und die Zwerge, die jetzt halt in unserem komischen Garten hier festhängen, das sind zwei Stück, der da unten und der hier, die werden nie wieder rauskommen, weil, liegt das an der Länge für die Wegfindung? Können die so lange Wege einfach nicht finden? Deswegen findet der auch keinen Rückweg, genauso wie der eine unten im Keller. Ja, nachdem die Mauern, also nachdem die Mauern hier oben gesetzt waren, sind alle, die sozusagen aus einer gewissen Reichweite weg sind, also alle, die hier rüber hinaus sind, sozusagen, kommen nicht mehr zurück. Wir gehen immer nur vor und zurück, hin und her. Der hier auch. Der war jetzt schon mal hier, jetzt geht er wieder zurück. Einfach zu lang. Ja, wir können sie befreien, theoretisch. Hm. Äh, die... Und dann... Kann ich die so wegreißen? Ja. Wir befreien den hier oben einmal. Und dann müssen wir den hier unten auch einmal befreien. Vielleicht macht das ja jemand. Also der eine hier, der wird ja noch mit weggerissen. Das heißt, die würden den Weg gehen hier, hier hoch, das schaffen sie noch, aber hier runter würden sie nicht mehr gehen, weil hier graben wollten sie nicht mehr. Schauen wir mal. Und dann befreien wir die beiden da mal noch. Vielleicht. Abhängig davon, wie weit, ob wir nach ganz unten kommen. Deswegen hoffe ich, dass sie den Weg hier halt noch nehmen und dann voll durchziehen, ne? Müssten sie. Aber den Weg hier hochgehen, würden sie ja auch noch. Um halt hier die Mauer wegzureißen. So, da kommt der Miner. Ich hoffe, du hast dir genug Essen mitgenommen für auf den Weg. Hast ein bisschen was vor dir. Und dann geht's runter. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wann schicken wir jetzt gerade so viele Zwerge hier runter? Zwei sind hier unten, ein Miner ist gerade auf dem Weg. Und zwei weitere sind eh noch auf dem Weg nach unten, weil sie ja die Mauern wegreißen wollen. Das heißt, fünf Zwerge sind offiziell auf dem Weg zu sterben. Wenn wir den Durchbruch haben, sterben mindestens fünf Zwerge. Und wenn das da weggerissen wurde, dann kommen sie vielleicht hier unten sogar auch noch hin und wollen hier auch noch Sachen wegreißen, ne? Aber vielleicht Stück für Stück, weil der Weg ja sonst zu weit ist. Irgendwann hat es lang genug gedauert, dass wir jetzt unsere Magmafalle da voll haben. Ich habe wieder was gelernt, und zwar es gibt maximale Wegreichweiten für Zwerge. Für Katzen anscheinend nicht, weil die Katze, die hier unten rum lief, die ist weg. Entweder ist sie gestorben, oder sie ist wieder hochgelaufen. Ich tippe eher auf wieder hochgelaufen. Weil Katzen sich zufällig bewegen und nicht an irgendeine Wegfindung gebunden sind? Das würde Sinn ergeben, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich behaupte, das ergibt Sinn. Und los. Das dauert halt, ne? Huch. Ist hier sonst was gerade? Nö, ne? Das mit den Pilzen, das nervt mich ein bisschen. Ich hätte halt, meine Hoffnung war, dass es schneller geht. Das Problem daran ist, dass es langsam das Holz ausgeht. Holz ausgehen ist auch eine nicht so schöne Sache. Aber ich glaube, es ist alles irrelevant, wenn ich jetzt an unseren Keller denke. Das Holz ist auch nur ausgegangen, weil wir so viele Pfeile für unsere Ballista gebaut haben. Können wir nie genug Munition haben. Also der Weg nach draußen ist super verteidigt. Da kann uns keiner was. Das nächste Mal nur, wenn ich sowas mache. Dann nehme ich zwar auch so einen Magmassee, pumpe mir das da hin. Mach hier oben drüber, aber glaube ich eher eine Brücke. Und dann kann ich die Brücke einfach hochziehen. Und dann fallen die alle rein. War auch, glaube ich, mein erster Plan. Nur die Brücke wurde ja zerstört. Die war ja auf dieser Ebene. Und der Hebel wurde zerstört. Und deswegen ist die Brücke einfach weg. Genau. Hier drüber schwebt dann auch irgendwo eine Brücke. Da war ja was. Die wollte ich jetzt nicht mal runterlassen. Dass man sozusagen den Weg nicht so lange durch die Magma blockiert hat. Aber das kann ich ja nicht mehr bauen. Weil, wie gesagt, kaputt halt. So. Ein bisschen braucht er noch. Hier auch. Hier unten versucht es erst keiner. Hier ist halt zu weit. Wir lernen das hier alles zusammen. Interessant ist halt die Frage, wie weit ist das denn jetzt? Wenn ich jetzt... Leute, das kann man ja rausfinden. Ich will eine Wand bauen. Und zwar hier. Das ist nur immer zum gucken. Die Chared Blocks sind 1282 Felder weit weg. Also ist 1300 die Maximalreichweite, die sind theoretisch. Irgendwie so. Auf jeden Fall muss es über 1000 sein. Weil sonst kämen sie da ja erst gar nicht hin. So, der Miner muss jetzt noch drei Schlingen laufen. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Das ist, wenn man mit einem Schisser spielt, ne? Dann passiert sowas und man muss halt warten. Bis sich der Miner dahin bemüht hat. Da fliegt ein Pfeil durch die Gegend. Aber es ist ein Zwerg, der eine Waffe durch die Gegend trägt. Das macht mir doch keine Angst hier. Wann haben wir bald Jahreswechsel? Dann sind wir im 28. Jahr dieser Festung. Also Jubiläumsjahr, wo wir dann alle sterben dürfen. Äh, alle wart. Ich hoffe nur, der Miner zieht das dann jetzt auch sozusagen durch. Ach, das war die falsche Ebene. Auf dem Moment, wo der Weg hier frei ist, müssten doch die hier auch direkt abgerissen werden können, ne? Na los, komm. Letzter Schlenker.